hallo bei den spielzeugtestern hannah bekommt gar nichts mit die hat nämlich ihre neuen kopfhörer auf und hat hier am auto ich drehe euch mal eben um ein bildschirm hängen wo sie sich gerade connie mit kata mau anguckt dann habe ich ruhe zum fahren papa hat ein bisschen ruhe und sie ist beschäftigt und ja und ich würde sagen wir fahren jetzt los es geht zum youtuber treffen nach berlin und wir freuen uns schon vor allen dingen auf geschichten und spielzeug da treffen sich hannah und eva zum ersten mal live und da sind wir schon gespannt ob das gut klappt hannah kriegt gar nichts mehr mit die ist beschäftigt jetzt aber müssen auch dreieinhalb stunden fahren ungefähr das sagt das navi dreieinhalb stunden so wir sind angekommen wir sind in der tiefgarage von unserem hotel nicht ganz so schnell okay so wir haben unsere karte für das zimmer das musst du machen selber gut dass uns schon der rote teppich hier ausgelegt wurde dann kann hannah noch ihre schleife zu machen das kann sie nämlich seit kurzem und wir sind wir wären eigentlich schon früher da aber erstmal war so viel los auf der autobahn wir sind irgendwie maximal 80 oder 100 gefahren weil es so voll war und als wir dann in berlin waren sagte heiko noch müssen wir nicht da lang und dann haben wir aber auf das navi gehört von dem mietwagen und der hat uns irgendwie eine ganze berlin führung gezeigt der hat uns einmal quer durch ganz berlin gejagt ja jetzt sind wir in berlin und eva und ihre familie die sind schon längst da obwohl die den doppelten anfahrtsweg haben als wir aber irgendwie sind wir hier die schnarch nasen ne schnuggi so und jetzt geht es von der parkgarage in den sechsten stock ganz nach oben jetzt müssen wir bis warten dass der fahrstuhl auch kommt ne sonst müssen wir viel laufen ein bisschen mehr licht könnten sie hier unten machen finde ich bisschen freundlicher ne wir kennen das hotel ja gott sei dank aber kommt sich so ein bisschen vor wie in so einer spelunke wenn man von hier unten kommt wir haben kein bett schnuggi wir müssen auf der couch schlafen hier war bestimmt auch der osterhase meinst du hier ist es auf jeden fall schön kuschelig hier war der osterhase also eine rohmtour gibt es auf miss cushy ich verlinke euch das gerne unten in der infobox das ist unser hotel das gehört und wir bestellen und sowas ein neuer tag ich sehe noch so ein bisschen zerknautscht aus du auch schnuggi zeig mal siehst du zerknautscht aus jetzt wird das licht aus oh bums licht aus keine erbarmen hast du eine karte hier ist es aber frisch ja guck mal die fenster hier sind ja auch keine fenster hattest du das gar nicht gesehen dass wir hier aber dass das hier ganz offen doch aber man kann die zu klappen oder nicht ne ich höre musik so wir müssen jetzt in den ersten stock wir fahren jetzt zum frühstück das ist im ersten stock und dann schauen wir mal was uns da für ein buffet erwartet hast du schon hunger ja ich habe auch schon gedrückt und nachher geht es dann zu youtube woher geht es dann zu youtube wenn ihr nicht rein geht geht da wieder zu willst du rein ja Wow! Oh, ein, ein, hier. Eins? Eins, ja, richtig, genau. Keine Wauwies. Guck mal, wer hier alles hängt. Was fand ich? Ja. Tweedy, Arielle. Oh, so sie gestreut. So, kannst erst mal überall einmal gucken. Nee, dahinter nicht. Schnuggi, von vorne. Brut und Brötchen. Ei, ein, nur Ei. Ei, Speck. Hier sind Salate. Hier ist Joghurt, Obst. Obstsalat. Obstsalat. Und hier sind Smacks. 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 Und da hinten ist noch Getränke. Die haben wir im Kindergarten. Ja. Smacks. Und hat sich für Smacks entschieden. Langt dir das an Milch? Ja, ne? Und noch ein Glas? Ach so, geht schneller. Okay. Okay. Hast du das gerade gelernt? Na? Ja. 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 Wir sind jetzt hier im YouTube-State. Wir haben uns jetzt hier ans Fernseher. Jetzt wissen wir noch nicht genau, wie es weitergeht. Nein. Genau. Und unsere Mädels sind am Spielen. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Und die Männer quatschen. Mal gucken. Wir sind gespannt. Ja. Hast du dir die Farben ausgesucht? Bunt habe ich gesagt. Bunt? Ja, das ist bunt geworden. Auf jeden Fall. Wir sind im Hardrock-Café. Oh cool. Und Hannah ist ein Schmetterling. Guck mal. Und wir haben gerade bestellt und es ist richtig laut. Und Hannah hat aber, was ich ganz cool immer in Restaurants finde, ein Büchlein bekommen und Wachsmalstifte. Wachsmalstifte. Das ist gut, ne? Und? Darf ich noch mal zeigen? Eine extra Kinderkarte. Und wir haben jetzt für Hannah genommen einmal Macaroni mit Käse und Kartoffelbrei wollte sie. Ich war nicht so richtig fündig als nicht fleischfressende Pflanze und habe jetzt so ein Brot mit Mozzarella und ein paar Batenburger. Zeigen wir euch gleich, wenn es da ist. Wir machen eine Busfahrt, eine Doppeldecker-Busfahrt. Na? Hannah ist immer noch geschminkt. Sie wollte das nicht abhaben. Oh hell. Und ich habe gerade gesehen, hier ist Forever 21. Und da will ich nachher rein. Was? Ich nicht. Aber ich? Ich nicht. Doch. Nein. Klamotten shoppen, Schnucki. Nein. Doch. Nein. Und unser Busfahrer hupt immer. So, wir lassen unseren letzten Abend jetzt hier ausklingen in Berlin. Wir haben uns bei Subway jeder ein Brot mitgenommen. und wir waren im YouTube Space. Dann haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht. Waren hinterher noch kurz im KDW. Haben aber nicht wirklich, nicht wirklich was Erwähnenswertes gekauft. Es war einfach zu voll. Und dann haben wir uns nochmal mit Ava, Jade und Ian getroffen vom Kanal Geschichten und Spielzeug. Und haben mit denen einen schönen Abend verbracht. Und das war richtig schön, ne? Hast du Spaß gehabt mit Ava? Ja. So, wenn's mal. Ich muss lauf mal. Ich muss laufen, okay. Warte. Ja. Du weg. Okay. Also. Also warte jetzt. Also wenn sich dann ... Wenn sich die Ampel umdreht muss, dann stehen bleibt die Spende. Okay. Und wie siehst du das, wenn du weggehst? Eigentlich ja. Wenn wir nur rein donnern. Irgendwo muss ich umdrehen, dann fange ich hin. Und dann geht sie auf den Tisch. Und dann muss man... Die da. Die da ist die Kamera. Die da ist die Kamera. Das bin immer ich. Und dann? Und dann geht sie auf den Tisch. Ah, spannend. Ja, einfach. Aber die Hanna ist ja da sehr zuvorkommen. Dreh dich wieder um. Stoppt, Hans, ja. Ja, das könnt ihr schön spielen. Mama. Ja, bitte. Können wir Stopp, Hans, Spiele? Ach, von mir aus? Aber wir haben keine Musik, ne? Brauchst du Musik? Ja. Ihr könnt doch singen. Und dann hört ihr auch zu singen. Ich bin der Sänger. Ich bin der Sänger. So, wir haben hier noch Cocktails stehen. Für unseren letzten Abend. Papa hat ein... Wie hieß der jetzt noch? Mojito. Mojito und ich habe ein Pina Colada. Und ja, wie gesagt, hier ist unser Subway, unser Abendessen, ne? Meinen Keks. Oh ja, und einen Keks hast du gekriegt, weil wir ein Menü bestellt haben. Wir gucken mal in die Tüte zusammen. Da ist der Keks. Können wir ihn sehen? Ja. Ich habe das Gefühl, ich sehe schon so K.O. aus irgendwie. Ich glaube, viel abschminken brauche ich nicht mehr, weil das überall hängt, nur nicht mehr an den Augen. Hanna, willst du? Ein Orange. So. Und dann mal schauen, ob wir morgen noch ein bisschen filmen, bevor wir gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Aber jetzt gucken wir mal. Oh, Bibi Born schläft noch. Und du? Bist du wach? Bist du wach? Bist du wach?